Ich sehe gar nix Ähm, muss ich moitern noch Ich wusste so, dass dieser Spruch kommt Es ist... Ich erkläre meine Performance die letzten drei Tagen Lange für nen Tipp Gerne, gerne Der einen, der bei uns hier runter geht in der Ende, aber... Ach doch, da oben sind noch die anderen drei Kollegen Wo? Fliegen sie noch? Ne, die fliegen noch Hä, wo sind die denn? Ja, in der Luft, über uns Du bist ein Held, ich sehe hier niemanden Bildchen mal anmachen, Alter Im Glück haben immer nur die Sprüche, die man noch nicht gehört hat Wir hatten schon alle Sprüche Das ist was Ab jetzt läuft sie nur noch Wiederholungen Toll Ansicht so Eine Delle Engel, hier bei mir lecker sein, glaube ich finden sie auf uns schießen da könnte man danach würde irgendwie auf andere server gehen ist gerade nur bei mir oder so wie andere straßenseite kommt auf kommt einer auf mich zu wo stadtzentrum oder außerhalb ok im grauen haus bei aus meiner sicht direkt am richtung westen des erstes noch andere seite nein auf meiner seite inzwischen bei der kirche ich hab leider nur eine piste kirche 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 bei mir ist oh specki ja hast gedacht oder den gegner der decken tut er nicht das ding habe ich schon vor jahren aufgeben sind das denken specki pass auf die sind noch drin den unten drin laufend gehen hoch welches haus immer noch das graue hier müssten mehr ist einer gewesen sein oder schulte die sind da drin die eine tür sehen atze und ich guckt auf die andere warum ist denn hier keine granate denke ich mir auch gerade ja habe tonnenweise granaten dabei und braucht sie nicht und jetzt könnte man eine brauchen oben tür offen er wird so gemacht sind unten einer ist unten geht hinten raus ist er raus ich sehe nichts ich sehe es von hier nicht ich sehe nur dass er in die andere richtung gegangen ist die einzige andere tür die er sonst noch nach draußen nehmen kann also zu mir ist schon nicht und in richtung straße sehe ich nicht ob eine tür ist das muss die einzige tür sein die noch in dem haus ist das muss hier sein oder steht auf die straße aber das wäre arg mutig ich strafst du mich im blick da schon nicht oder tür aufmacht und strimm geben ja kann natürlich auch sein jetzt werden wir einfach wie die psychopathen da rein stürmen bevor wir zur hunde stürmen würde ich auch sagen komm fallern für nix wir werden mal aus dem rum zu einer tür wir sterben natürlich sterben wir gehen von zwei türen rein der ist hier irgendwo ich bin schon rambo ich bin schon rambo wir sollten euch mal repairen bevor ihr einen auf rambo macht ich weiß ich hoffe der hat was ich nicht ok ich fühle mich da an paar paar wände der hat nichts mehr der typ ist weggelaufen Jungs denkt übrigens dran wir müssen an die zone opel brauchst du noch ein drink krimm alles hier ist ein drink eins mittel liegen ich sehe dass der raus ist der kann sein der raus ist ich habe auf den geschossen wo der hier rumgecroucht ist hier draußen oder drin der war genau hier vorne wo ich jetzt bin an seiner Stelle ich habe mich in ein Haus gepisst wir können jetzt natürlich einfach gucken wo ein auto ist und uns verpissen außen ist infall mal keins ich würde sagen der ist rausgegangen der muss da irgendwo in einem Haus drin sein Speckel oder er ist komplett weggerannt ja oder er ist einfach aus dem Game rausgegangen weil seine drei Mates down waren aber dann wird doch irgendwo so eine scheiß fucking Kiste rumliegen oder ne dann würde er normalerweise einfach regungslos irgendwo in der Ecke stehen oder geradeaus auf eine Wand zulaufen falls er sich im Laufen ausgelockt hat Schritte hier wo ist hier in dem Haus hier oder hier in dem kleinen Kapuf oder hier in dem kleinen Kapuf oder hier in dem kleinen Kapuf da ist er der ist nur nackt doch ich wollte gerade sagen der ist auch nur nackt irgendwo ist noch einer also ich möchte jetzt nicht auf die Zone hinweisen aber ich muss leider auf die Zone hinweisen also entweder wir laufen jetzt zu und wir suchen uns ein Auto können zulaufen und hoffen dass wir ein Auto finden eine kombiniert eine gute Kombination den Motorrad mit Freiburg ok das ist schon fast genug das ist ein Spektro tschüss ihr Wichser schießen runter ja also die drei wichtigsten wären alle ohne Worte hört man jetzt nur krachen komm fahr zu den lassen wir da ihr seid so Assis ey ja was wollen wir denn machen musst du mal laufen werden da läuft einer komm halt dann nimm mal mit das ist bestimmte Vierte da läuft einer da ist ein Motorrad übrigens bei dem dann mach den weg das geht nicht die halten dich an was ist deine Intention hier alter ich sehe nicht wieso du auch sehr empfangen mit dem kämpfen möchtest wo sind die denn jetzt genau sind die an dem Haus oder wo sind sie nein der hört gerade ab kommt Motorrad ok das fährt weg das ist der auf dem wir geschossen haben achso ich hab sie gesehen liegt im Stein alter weißt du wir wollen fighten er versteckt sich ich wurde leider von dem Motorrad überfahren angefahren ja ja angefahren von mir aus auch bitte nicht so wieder ok ja komm steig auf du krachlapp du krachlapp du krachlapp du krachlapp du krachlapp ja ja wenn wir ein Autofinden drehen wir rum ähh Glaubt er eh nicht ähm hat jemand vorher ein bisschen nahe Verbände für mich ich hab da fünf ich hab da fünf Irgendwie ist hier schlecht mit Autos. Ja, Autos sind gerade ausverkauft. Jetzt bin ich aber schockiert. Wo sind die Bobs hier mit dem Moped? Wir haben sich verpisst. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, das ist die Finde. Die haben sich weit verpisst. Ja komm, gehen wir hin die Häuser. Wir sind nicht weitbrotst, das schaffst. Halbe Zone noch mal durch, kein Ding. Gib mir jemand ein paar Verbände. An der Tanke oben habt ihr nichts gesehen oder? Nein. Eine Tanke. Becky, scheinst du da, sonst hättest du deine nicht abzuwollen. Ja, ist der Neue, weiß ich mir immer nicht. Hast keine Verbände, Alter. Achso, doch, ja klar. Komm her. Hup. Haps nicht über die Mauer, das ist. Und hup. Halt, ich bin hier, komm her. Bleib hier. Halt. Geh vor Bände. Ich will den abholen, ich will den überfahren. Okay. Achtung Bäume. Nicht viel, aber. Besser als nix. Dankeschön. Fast wirklich nur überfahren. Bereit. Vielen Dank für den Hol-und-bring-Service. Wir müssen ihn töten, der hat nen Dreierhelm. Ja, ja, ja. Finde ich gut. Lass es wie nen Unfall aussehen. Ich würde ja sagen, ich spring vor dem Mopped ab und lass den explodieren, aber dann sterbe ich selbst. Das sollten sie auch mal fixen, das müsste auch mal gehen. Und ich spring einfach dann auf Platz 1 und sag, easy, ich fahr weiter. You win. Aber nicht kurz vor ner Wand. Mal gucken, vielleicht kannst du noch irgendwie anhalten. Und wo wirst du überhaupt hin? Viel Glück euch. Dankeschön. Rechnung kommt, du gehst rechts, hau ab. Dann lauf ich schon nach links und dann kommt... Du gehst rechts. So, Land gewinnst. Hier ist ne 16 A4, wenn du brauchst. Hab ich selber. Ist okay. Oh, Schalldämpfer. Auf der Tour, Schalldämpfen. Na, das ist so ein billiges China-Blabiat. Irgendwer schießt hier. Der Schallt den Dämpf, oder? Ich glaube, ich weiß, wer geschossen hat. Der Dämpf, Schall. Wer? Du vielleicht? Ne. Nein. Ja, womit denn? Waffen. Das war jetzt ja pauschal. Also Granaten brauchen wir auf jeden Fall keine heute. Noch Granaten? Ja. Ja. Und ein Vierfachsucher. Es läuft. Naja, jetzt hast du wieder ein Vierfachsucher und verreckst in der Endzone wieder, weißt du? Normal. Ja. Ja. Aber wenn du gesagt hast, du hast einen Vierfachsucher, das ist ungefähr genauso wie eine Perlenversorgung. Ich werde den gerade mit dem Arsch retten, Alter. Ja. Ja. Schau dir so komisches Kratzen nimmer als... So viele Schwänze schlucken kommen. Na, das kannst du durchaus mal kratzen. Ja. Braucht ihr mal noch Einzelhelm? Einzelhelm? Ich habe hier noch einen halben Helm. Braucht ihr mal ein taktisches Lager? Rollertopf. Halber Hahn. Günther Witzinger. Ein Schwätz. Ja, halt dich fest. Feuerwäsche. Hier, ich nehme in Schüsse. Schüsse in der Stadt. Ein Scheiß. Ich bin dafür, ich lege wirklich ein Gäsebrötchen. Echt? Ja. Oh, vierfach so hoch. Und Specky schießt wieder. Ja, war aus Versehen. Mhm. Sechste Monik könnt ihr noch brauchen, falls jemand hat. Jo. Ja, war echt erfolgreich. Warte, wir haben noch einen Penetrator Stick. Hm, nur drin. Guter Zweierhelm. Guter Zweierhelm. Ja, aber hier in dem Haus, wo ich bin, gibt es Zweier Helme und Zweier Westen umsonst. Umsonst. Oh, vierfach super. Cool. Hier hinten, wo ich jetzt bin, war hier einer von euch. Wo bist du? Ich glaube nicht. Wir waren da unten, äh, ne. Weil hier ist die Tür offen und hier ist alles gelootet und ich habe meine Nachstritte gehört, aber ich kann mich auch täuschen. Wahrscheinlich. Hast du bestimmt getäuscht. Verband. Schieß einfach mal auf den. Mal gucken, ob er einer ist. Mach mal. Au, au! Schüsse, schüsse! Hier schießt jemand auf mich. Übrigens, Sniperaufsätze bitte mitnehmen, wenn er findet. So, da hat jetzt ein Molly da oben liegen. Je nachdem, wenn einer ist. Guck mal was schreit. Kann ich jetzt auch Gedanken machen. Du schreist dann, wenn du tot bist, oder? No. Ach, wir sind in der Zone. Wat ein... Fick. Weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Deswegen habe ich ihn. Oh, Sanitäts-Tasche, Erste-Hilfe-Koffer. Mündungsfeuer-Dämpfer SEA. Warte mal ne Gasmaske? Ne. Äh, Snap-Arrival brauche ich nur den. Äh, brauche ich nur Schallye und hinten ne Swankholze. Den Dämpfer habe ich bereits. Oh, ne Splittergranate. Ui. Was ist der Arzt, der da oben? Oh, schalte ein PS eher. Oh, ne AKM. Nice. Ha, war nur'n Scherz. Nicht. Nicht. Hier ist ne AKM, falls jemand will. Na, du? Und ein Schnellwechselmagazin von der SAO. Ne. Nö. Spät, ja. Hier sind noch Schuhe. Farbe? Kack. Raun. Alter, fuck you. Na, das ist verhalten. Ich hab ne Machete gefunden. Geil. Kilt die? Die ist das Machete. Heuerhelm, der nimm mal mit. Kann doch nicht sein, dass hier nichts in dieser Stadt los ist. Ja, irgendwie find ich's auch extrem komisch. Bin's verdroh. Ich hab auch das Gefühl, ich lauf hier einfach in irgendwelche Häuser, die... der Schote zufällig schon gelootet hat. Das sieht stark danach aus. Boah, durchstrom. Hehehe, ab zu wirklich sterben. Oh, ne Flashbang. Geil. Oh, ne M416. Oh, ne Rotpunkt. Will jemand ne M416? Braucht jemand von euch zwei aus der Suche? Ja. Ja. Ich schlepp hier grad zwei mit mir rum und schmal sie jetzt gleich weg. Wie gesagt, hier ist ne M416 Schole, falls ihr willst. Äh, ich glaub du bist schon weg. Was? Äh, markieren wir's raus. Freifle mich nachher noch runter. Was soll markieren? Raus, die M416. Reifügen, oder? Ja, genau. Ein Bistro. Vorne drin. Oh, jetzt ein Bistro. Verdammt. Ja. Wir sehen erstmal alles gleiche bei dir. Ein paar Drinks kann ich nachher auch noch abgeben. Flittergranate. Ähm, genau Drinks. Wie sieht's mir technisch so generell aus? Fünf Koffer, eins eins. Drei, fünf, eins. Drei, drei, vier. Ich brauch doch nur ein, zwei Drinks oder so. Mal ein bisschen nachher, ist ganz cool. Na, wenn ihr Zweier bist, habt ihr doch nicht so viel rumfliegen sehen, oder? Drinks hab ich mittlerweile erst Stück. Ja, keine Ahnung, das ist schon voll der Junkie-Haushalt ruhig hier rum rein. Nein, in der Hütte hab ich jetzt drei Drinks gefunden. Bist du Richtung Südwesten? Ich weiß nicht, Spectro. Spectro ist nicht bei mir. Kampfhose, kacki. Kack nur mal, schau. Nimm die Kampfhose rein. Oh, hier ist ne zweite Scarlet, die könnte ich natürlich auch mitnehmen, gell. Kann ich jetzt ein bisschen fliegen? Kann ich jetzt ein bisschen fliegen? Äh... Okay... ... ... ... Ich schmeiß dir hier mal ein Ding. Ähm... ... ... ... zweifach suche hier drinnen schon an und schmerzmittel okay ich hab mal markiert und woher ist die m4 16 oder im bistro wir uns mal hier irgendwo mal so positionieren dass man wieder ein bisschen zusammen sind kommt ein auto von oben jetzt bin ich im bistro der rangers in der stadt bleibt zusammen freundlich der auto kommt wieder ist jetzt bei uns hier direkt am haus der fährt aber weiter wieder richtung entweder jetzt fährt er wieder weg wir will uns beten warte ich glaube der weiß aber nicht was er machen sie hat sie heute mal bei mir bei mir dann hat man mehrere so so als nachbar aus aber die zone alle wir haben so ein zonenglück ja auch zu den beiden gehen ja wir haben ganz gescheit dann machen wir es nicht vor der kleine brot skin und pipi ins auge kriegt hier liegt noch eine m4 16 red money wer braucht noch money von euch kein schwein braucht noch jemand red dot von euch ein schwein ein schwein ein schwein ein schwein ein schwein ein schwein braucht noch jemand ak money erweiterte schnellwechselmagazin nein auch noch ein koffer braucht jemand irgendwas von euch nein maximal noch 5,5,6 ja komm her ich hab jede menge ich hab bis jetzt fast 260 schuss bisschen ak money weil gar nicht mehr so schlecht ja komm her und noch ein schmerzmittel wie gesagt halt komm her weißt du ist in einem ganz anderen haus voll weit weg jetzt gibt es ein richtiges kackende alles sag ich euch wir sind ja voll equipt in dem haus drin wir können nichts machen weil wir nicht rauskommen naja das wird nicht schön ja hier vis-a-vis im großen raum wir haben so ein zonen glück vielleicht ab nochmal ja jetzt wird es aber lauter an der stadt wo ist er immer diese rowdies und noch ein drink die jugend von heute du die jugend von heute hast du hier ak money? ne wurde er im anderen großen raum wir sollten aber wirklich mal uns vielleicht auf ein haus jetzt konzentrieren dass wir da bleiben das macht eigentlich keinen sinn weiter zu looten oder? warum? da haben wir doch alles eben sag mal so ich hab mittlerweile so viel schmerzmittel und drinks ich kann mich komplett von jetzt bis zum ende der runde durch heilen durch heilen ja so hier liegt ne m416 alter nochmal zwei energy drinks so hier ist ein erweiteres schnellwechselmagazin für ne sniper rifle na hab ich gedroppt soo hier schon ein 3er rucksack wir müssen nur aufpassen dass wir keine überraschung von hinten erleben hm ui so leute wollen wir jetzt mal zusammen in ein haus gehen ja wir sind schon wir sind auch oben alle in einem haus hier ist die ak money ah oh 15 schuss wow kann er das da gibt's ja nicht alle auf einmal haus gell oh scheiße hier erscheint der scharnatür zu uiuiui und da draußen rennt einer rum wo genau alle 3 werden meine wichtigen genau auf der anderen seite vom haus wache ich würde sagen wir decken einfach die türen ab oder warum liegt eigentlich jetzt kein taktisches lager hier und kein opel äh jungs also wie ist jetzt medic technisch gut bei mir 6 koffer 6 schmerzmittel 11 energy drinks mit dem acylt wo ich im acylt schon 3 stück gegeben habe wären es sogar 14 mädels wir könnten schnell reagieren und uns in die nächste zone bewegen oder wir wir könnten da drüben das rote haus nehmen oder ja am besten das zweite aus unserer sicht oder also ich hab ich hab 22 stück noch im leben 3 koffer und 2 energies ready also ich hab 4 3 4 ok weggelauf wir gehen ins zweite rein oder links schlüsse ja oh ich will aber aufpassen mädels da sind ja nicht die türen zu und da hab ich nicht vorher gedootet habt ihr oben schon gekocht? nein ich geh hoch weg hinterher lauf 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 sieht ja alles sauber aus ne ja einer red draußen vor der tür richtung sw ist quasi hier unter uns jetzt guckt jemand die treppe? ich hab die treppe ich hab die treppe dann stehst du verdammt beschissen da warum? weg weil die schüsse ankommen von wo? irgendwo irgendwo würde ich sagen auf 3 30 30 30 30 30 hast du gerade ne tür auf dich oder war das andere von uns? jo fein auf also ich hab grad was gesehen richtung das war keiner von uns 300 weg da ich schmeißt die kanate runter ich glaub die sind im nachbaraus weg da äh schurter weg da schmeckst die türe weg da ist ja keiner das mehr hier sind nimmt mal kurz jemand die türe da unten fein jo wir sind schon weiter gell im nachbarhaus haben wir besucht ich würd sagen im nachbarhaus ich schau durch die zone an war das einer von euch? ja ich fände sich jetzt noch scheiße mit den kacklittern war das einer von euch? nein ok die ging aufs bürsche haus links von uns da sind noch definitiv welche dran ähm in richtung zone muss auf jeden fall was sein da hab ich vorher noch was rumrennen sehen noch 17 mann bei der kleinen zone ich glaub nicht so weit ist überall was habt ihr die da draußen? einer hat zerrissen da draußen 30 sekunden dann müssen wir ich hab einen drüben im grauen Hauserlecht richtung 284 ja wir müssen move'n alter jetzt echt ok 285 ist das in dem grauen Haus mit dem bunten Fenster oben geht ihr? warte wir müssen gehen ja auf los hinter uns hinter uns hinter uns los laufen 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 Leute ist außerhalb außerhalb des Spielbereichs gestorben lol laufen 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 rechts in den Sniper Tower irgendwo die Ecke hier links in dem grauen Haus ist was auf jeden Fall hier links in dem grauen Haus ist was auf jeden Fall hinten bei mir beim Mäuerchen sitzt einer auf zwei gesehen gesehn 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 ็ Ich hätte sie nicht. Fuck! Schade. Schade. Aber ein Kackende. Eigentlich nicht. Aber, ja gut. Eigentlich schon. Wir sind Zweiter. Ja, also ein Kackende. Bis zum nächsten Mal.